Hallo und Willkommen bei Nostalgisch TV. Ich bin der nostalgische Typ und manche Erinnerungen können wehtun. Und ein abermaliges herzliches Hallo und Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Quickies. Ah, Ratchet & Clank. Gibt es überhaupt eine bessere Möglichkeit, junge Kleinkinder darauf vorzubereiten, ein virtuelles Massaker an Terroristen anzurichten, als diese Serie? Worum geht's? Als unser flauschiger Protagonist Ratchet der Lombax gerade an seinem Raumschiff herumbastelt, bemerkt er, wie eine Raumkapsel auf seinem Planeten stürzt und macht sich für persönliche Nachforschungen auf zur Absturzstelle. Dort angekommen, stellt er fest, dass sich in der Kapsel ein kleiner Roboter namens Clank befindet. Dieser zeigt ihm ein Informationsvideo für die Alien-Spezies der Blark. In dem Video wird dem Zuschauer erklärt, dass die Umwelt des Blark-Heimatplaneten durch Überbevölkerung und Verschmutzung sich im kritischen Zustand befindet und bald keine Lebensformen mehr darauf leben kann. Deshalb hat der oberste Vorsitzende Drek, oh, sehr clever Jungs, wirklich clever, Produzent des Videos beschlossen, seine besten Wissenschaftler auf eine Lösung dieses Problems anzusetzen. Und da wir in der Zukunft sind, ist es erst dann ein Plan, wenn dabei eine Maschine drin vorkommt, dessen Blauposen alleine schon das halbe Staatsetat aufbraucht. Ihr könntet auch einfach erneuerbare Energien benutzen und mehr recyceln und... Okay, ich hab's kapiert, scheiß auf unsere grüne Mama! Und wie sieht diese Lösung jetzt aus? Ein gigantischer Greifer soll einzelne Stücke aus anderen Planeten herausreißen und sie zu einem großen, neuen Zusammenfügen, was zur Folge hat, dass die betroffenen Planeten dabei zerstört werden. Uäh! Uäh! Will aber das Stück! Will aber das Stück! Will 250 Millionen Quadratkilometer Strand und keinen Zentimeter weniger! Weshalb die Blark nicht einfach einen leeren Planeten besiedeln, von dem ich mir sicher bin, dass es sie zuhauf im Universum gibt, oder einfach auf der planetaren Couch ihres galaktischen Nachbarn für eine Weile pennen, ist mir nicht ganz klar, aber gut, das Böse braucht keinen Grund. Ihr zerstört ein gutes Dutzend Planeten, um einen neuen zu erschaffen! Warum hab ich nur das Gefühl, dass ihr auch diese Welt ruinieren werdet? Jedenfalls, unser kosmisches Duo kann diese bösen Taten nicht einfach so geschehen lassen. Deshalb ziehen sie los, um die Blark zu stoppen. Was dann folgt, ist eine Reihe von urkomischen Situationen, super sympathischen Charakteren und eine Menge, Menge, Menge Action. Ich könnte dieses Spiel noch viel, viel mehr loben. Und das mach ich auch. Kreative Welten, nicht zu leicht, nicht zu schwer und Hoverboard-Rennen. Ich bin der nostalgische Typ und manche Erinnerungen können wehtun. Ich bin der程 until der KwhereSH. Ich bin... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020